Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 64.400 US-Dollar. Wir haben gestern den ersten leichteren Abverkauf gesehen, zwar noch nicht wirklich hochdramatisch, nachdem wir von 66.000 auf knapp unter 64.000 US-Dollar gesunken sind. Der größere Abverkauf, den wir gestern besprochen haben, auf Richtung 60.000 US-Dollar kann immer noch folgen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer angucken. Wir werden auf jeden Fall auch auf Ethereum warten bzw. schauen. und mal ganz kurz auch einen Blick auf XRP. Da wird aber dann morgen nochmal ein ausführlicheres Video dann kommen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir hier noch starten, wie immer gerne dem Video schon mal ein Like da lassen. Kommentiert unten mit eurer UID, am besten von BingX, damit ihr an einem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und ansonsten, wenn ihr da noch keinen Account habt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX auch empfehlen. Dort findet ihr alles, was wir hier auch besprechen. Könnt ihr dort traden oder auch dann auch Spot kaufen. So, jetzt aber rein in die Analyse. Ach ja, nee, gerne noch in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Schön, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr auch kostenlos unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber alles abgehakt. Bitcoin bei 64.400 US-Dollar. Wir gehen mal ganz kurz in den 1-Stunden-Time-Frame und schauen uns das Ganze mal hier auf dem 1-Stunden-Chart erst einmal an. Ihr seht, wir hatten gestern diesen Abverkauf in Richtung 63.800 US-Dollar circa. Damit haben wir hier zumindest mal knapp diese kleine Demandzone erst einmal verfehlt. Also kaum hier Änderung. Gleichzeitig haben wir aber auch, wenn wir uns das mal ein bisschen so genauer angucken, so ein kleines Head-and-Shoulders-Chart-Pattern hier momentan gebildet. Wir haben Donnerstag jetzt schon wieder. Das heißt, die ganze Move, den wir jetzt diese Woche hatten, könnte auch dann heute schon wieder zurückgedreht werden. Das heißt, normalerweise versucht der Kurs dann nicht nur Donnerstag, Freitag, wieder den Ursprungspunkt von einem Montag zu erreichen. Das würde dann auch so grob zu unserem Plan, hier unten in die 60k-Region vorzustoßen, wirklich erst einmal passen. Gehen wir wieder zurück in den 4-Stunden-Time-Frame. Den 1-Stunden brauchen wir jetzt erst einmal nicht. Short, nur so zur Info, bin ich immer noch nicht reingegangen. Das Risiko momentan mir noch ein bisschen zu hoch, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sollten wir im Laufe des Tages doch nochmal versuchen, hier dieses Hoch anzugreifen bei ungefähr 66.200 US-Dollar, was ich momentan ehrlich gesagt nicht glaube, weil wir dann halt das Risiko hätten, dass wir hier gleich ein höheres Hoch hier vom 20. Juni das nochmal rausnehmen, dann könnte ich mir nochmal eine Short-Position überlegen, die dann wirklich hier runter in Richtung 59.000 bis 60.000 US-Dollar geht. Ansonsten ist der Plan immer noch der gleiche. Sollten wir hier unten reinkommen in das Golden Pocket, das heißt bei 60.200 bis 59.800 US-Dollar circa, dann wird hier bei Confirmation, das heißt wirklich hier, dass wir das Support-Level halten können und nicht nur einfach durchfallen, werde ich hier wahrscheinlich dann auch eine Long-Position eröffnen, die dann längerfristiges Bestehen hätte in Richtung 70.000 bis 72.000 US-Dollar. News-Technisch steht heute glaube ich nicht wirklich viel an. Generell die ganzen Märkte für mich trotzdem, da werden wir jetzt gleich nochmal, wenn wir auf den S&P 500 und so gucken, für mich weiterhin alles etwas überlaufen bzw. überhöht, aber gut, das schauen wir uns gleich in Ruhe noch einmal an. Ansonsten tut sich bei Bitcoin momentan wenig, that's the plan. Unten Long sollten wir nochmal einen Hoch kriegen, dann auf jeden Fall Short-Position. Volumentechnisch hat sich auch nicht wirklich was getan, wir haben weiterhin ein sehr, sehr geringes Volumen. Ob wir da jetzt im 1-Stunden- oder im 4-Stunden-Timeframe uns das angucken, da tut sich momentan wenig, aber gut, wir haben weiterhin ein Sommerloch, das hier scheint die größere Ausnahme gewesen zu sein. Wir haben extrem viel Inflow momentan, was die ETFs anbelangt, das heißt, es wird momentan wieder sehr, sehr viel von den ETFs aufgekauft, das heißt auch hier weiterhin, wer möchte BTC kaufen, zumindest kleinere Beträge und dann immer mit DCA auf jeden Fall handeln. So, gehen wir rüber zu Ethereum, hier hatten wir auch gestern drüber gesprochen, die Divergenz hat ausgespielt, ich habe aber auch dazu gesagt, ich möchte hier nicht Short gehen, weil mir das Risiko einfach momentan zu hoch ist, vor allem, weil Bitcoin noch einen kleineren Move nach oben hätte machen können. Auch hier bleibt der Plan, die 3.222 US-Dollar bzw. 3.200 US-Dollar mit der Ineffizienz, mit eben dem Golden Pocket, diese Zone anzutesten und von hier aus könnten wir dann im Endeffekt das gleiche Spiel wie bei Bitcoin auch eine kleine Long-Position eröffnen. Man muss dazu sagen, sollten wir bei Bitcoin wirklich in Richtung 60.000 US-Dollar fallen, dann kann ich mir sogar eher einen Hit vorstellen, dass wir hier sogar nochmal in Richtung 3.130 gehen. Also ich sage jetzt mal so, das ist so unsere Zone zwischen 3.130 bis 3.220, wo wir uns dann im Endeffekt die Long-Position überlegen könnten, sollte es dann soweit kommen. Auf jeden Fall, die Divergenz im 4-Stunden-Time-Film hat ausgespielt, im 1-Stunden-Time-Film sind wir schon im RSI relativ weit unten gewesen, also das heißt auch hier könnte nochmal im Laufe des Vormittags, deswegen ziehen wir das jetzt nochmal ein bisschen weg, nochmal eine kleine Erholung kommen, bevor wir dann hier den nächsten Step nach unten hin dann eben wagen. Hier bei 3.278, beim 0.5er ist für mich kein Long-Zeichen, also entweder Golden Pocket bzw. 0.786er, alles davor bzw. oben drüber würde ich die Finger erst einmal davon lassen. So, dann kurz mal zu XRP, weil da ja extrem viel gestiegen ist, anscheinend soll da heute Abend noch was mit der SEC und sowas sein, also mal wieder ein neues Datum. Hier für alle zur Info, wenn ihr, viele haben wir jetzt da unten gekauft, ich habe ja das Video vor zwei Wochen gemacht, dass wir hier unten noch einmal nachkaufen, das heißt wir sind hier auch mittlerweile schon über 50% im Plus, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, 52% in der Spitze waren wir hier sogar schon 67%. Solltet ihr daran denken oder daran glauben, dass da jetzt heute Abend wieder nichts bei rumkommt bzw. wieder nur Bullshit kommt und der Kurs wieder absackt, hättet ihr nochmal die Chance hier 20% günstiger einzukaufen. Das heißt, wer will, könnte hier vielleicht erstere kleinere Teilprofite nehmen, vielleicht mal 25% rausnehmen aus dieser Position, die ihr hier unten gekauft habt, spotmäßig und dann gegebenenfalls unten nochmal nachkaufen. Das war mir jetzt nochmal wichtig, morgen dann reden wir nochmal komplett ausführlich über XRP. Für mich dieser Anstieg, ich weiß nicht, ist für mich nichts Nachhaltiges. Aber gut, ist ein anderes Thema, besprechen wir dann morgen in Ruhe. Gold, neues All-Time-High, wir sind hier in Richtung Pivot gegangen, aber auch hier läuft momentan alles nach Plan, ob wir hier jetzt heute noch in irgendeinen Trade reingehen, ich wage es zu bezweifeln, da müssten wir jetzt heute schon noch einen größeren Abverkauf reinkriegen. Momentan scheint es eher danach so, dass wir hier versuchen nochmal hochzukommen, im 4-Stunden-Time-Frame auf 2475 die Supply-Zone testen und dann zum Gegenschlag nach unten hin ansetzen. Also momentan für mich absolut kein Short-Szenario, auch hier aufgrund eben des ganzen Sentiments würde ich hier momentan einfach überhaupt nicht Short gehen. Wir warten hier unten auf 2424 für eine potenzielle Long-Position. Dafür gibt es gute Nachrichten beim DAX. Hier haben wir auf jeden Fall den ersten Take-Profit erreicht. Wer gestern das Video geguckt hat, weiß Bescheid. Ich habe ja gestern noch ein bisschen gezweifelt, nehme ich die Position raus, habe dann aber nichts mehr gesagt und Position laufen lassen. War eine gute Entscheidung, erster Take-Profit wurde perfekt gehittet. Jetzt gilt es erst einmal abwarten, den zweiten Take-Profit. Wahrscheinlich dann hier unten zwischen 18.200 und 18.100 Punkten. Ob wir das heute erreichen, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall Stop-Loss-Entry, dass das jetzt einfach laufen und gut ist. Mehr gibt es dazu auch momentan nicht zu sagen. Euro gegenüber dem US-Dollar, nochmal neues High. Hier läuft der Trade weiterhin. Wir haben jetzt aber hier wenigstens mal ein positives Zeichen, positiv für unseren Short, dass wir hier jetzt erste Divergenzen reinkriegen. Also das heißt, wir haben ein höheres Hoch hier erreicht, hatten aber im RSI ein tieferes Hoch. Das heißt, sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, dass wir jetzt hier auch zum Gegenschlag nach unten hin ausholen könnten und zumindest endlich mal Take-Profit 1 holen. Wir schauen nochmal ganz kurz rüber zum DXY, wie es da aussieht. Da war ja so schon der Plan, dass wir hier einen doppelten Boden reinkriegen. Hat leider nicht funktioniert. Wir haben dieses Tief sogar nochmal rausgenommen. Also es sieht nicht gut aus beim DXY. Nächstes Level, was jetzt interessant werden könnte, wäre dann hier unten erst dieser Bereich bei ungefähr 1,03. Würde noch grundsätzlich passen, um zu sagen, okay, unsere Position würde nicht ausgestoppt werden. Wäre jetzt zwar nicht mal ein Wunsch-Szenario, muss ich ehrlicherweise sagen, aber es ist einfach noch die Möglichkeit, vor allem weil wir hier eben noch diese Ineffizienz haben. Wenn wir mal ganz kurz gucken, wie tief das hier noch runter geht, 0,56%. Unsere Position wäre noch offen. Ich würde dann aber, glaube ich, sogar nochmal überlegen, ob ich unsere Short-Position sogar nochmal verdoppel. Weil dann könnte hier, wenn die Ineffizienzen hier beim DXY gefüllt werden sollten, wirklich eine enorme Erholung dann eben nach oben hin folgen. Wenn wir uns das mal vom FIP-Level dann noch angucken, von unserem Vorverkaufs- oder Abverkaufshoch bis nach oben, könnte das schon eine gute Erholung dann werden. Und es würde auch eigentlich charttechnisch gar nicht so bescheiden aussehen. Also wir haben genug Luft, würde bedeuten, dass wir wahrscheinlich mit einem Euro hier nochmal diese Hochs versuchen abzugreifen bei 1,098. Glaube ich aber momentan, das wäre so das Worst-Case-Szenario. Momentan gehe ich eher davon aus, dass jetzt langsam die Erholung bzw. der Dump hier unten nach einsetzt, wegen den Divergenzen sinkendem Volumen und sowas, würde schon gut passen. Ich wäre schon zufrieden, wenn wir hier zumindest mal einen Dump in Richtung 1,083 bekommen. Das heißt hier den ersten Take-Profit dann setzen. Ansonsten war es das für das heutige Update-Video. Ich warte immer noch mit Altcoin-Videos. Wie gesagt, ich will erst immer Altcoin-Videos machen, wenn Blut fließt, weil dann lohnt es sich am meisten, nicht den grünen Kerzen einzukaufen. Ansonsten kommt später noch eine XRP-Analyse bei CryptoGuru. Morgen dann das XRP-Video und natürlich morgen auch ein Bitcoin-Update-Video. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie immer, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, genießt das Wetter heute. Und wir hören uns auf jeden Fall dann morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Bis dahin. Bis dahin.